Diese Etapp 20 älteren Baujahres, ca. Baujahr 1980, haben wir bei uns komplett aufgearbeitet. Das heißt, das Gelkot wieder aufpoliert und der Wasserschiff komplett neu aufgebaut mit Grundierung und Anti-Fouling. Alles gereinigt und wieder ein schönes Schiff draus gemacht. Wir gucken mal rein in das Schiff. Eine Gretting ist im Cockpit. Kocher ist im Schiff drin, die Polster sind noch ganz anständig. Großer Erste-Hilfe-Koffer ist auch mit dabei. Diverse Elektronik, wobei wir nicht sagen können, ob das alles noch wirklich funktioniert. Ja, es sind vier Schlafplätze in dem Schiff, vorne im Vorschiff für zwei Personen und jeweils die zwei Salonbänke mit Händen als Hundekoje. Der Tisch ist wie bei der Etapp immer unter dem Cockpit-Fußboden stationiert. Er kann hier mit einem Tischbein entsprechend gestellt werden und er kann auch ebenso gut im Cockpit verwendet werden. Die beiden Backkisten am Heck haben viel Platz. Man kann sogar den Außenborder dort reinlegen. Für Tank und Segel ist überall Platz genug vorhanden. Im Vorschiff gibt es noch eine runde Luke. Klexiglas-Shot ist noch sehr gut vom Zustand her. Das ist ein wichtiges Teil immer bei der Etapp 20, was in dem Baujahr häufig mal kaputt geht.